Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 7 der derzeit besten Vibrationsplatten für zuhause. Aufgeteilt habe ich sie in zwei Preisklassen. Erstens Vibrationsplatten unter 300 Euro und zweitens Vibrationsplatten über 300 Euro. Bevor wir starten möchte ich dich warnen und dir ein paar wichtige Tipps vor dem Kauf mit an die Hand geben. Falls du den Teil überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Was die meisten Hersteller verschweigen und was du meistens erst im Handbuch findest, sind die Gruppen, die nicht für Vibrationsplatten geeignet sind. Zum Beispiel sind die Geräte für Personen mit Knie, Schulter, Nacken und Rückenverletzungen entweder nur mit Vorsicht zu genießen oder ungeeignet. Auch Personen mit künstlichen Gelenken und Netzhautproblemen sind betroffen. Der wichtigste Faktor neben der maximalen Belastbarkeit der Platten ist hier die Schwingungsfrequenz, die in Hertz gemessen wird. Ich gebe dir alle wichtigen Werte gleich für jedes Produkt zur Orientierung. Gerade beim Training über 15 Hertz kann das Vibrationstraining auch für die folgenden Gruppen mehr Schaden anrichten, anstatt zu helfen. Hier siehst du einen Auszug von drgumpert.de Da das mittlerweile mein drittes Video über Vibrationsplatten ist, weiß ich, dass auch einige die Geräte für beispielsweise ihre Eltern kaufen wollen, damit sie sich im hohen Alter noch fit halten können. Grundsätzlich ist das sehr sinnvoll, nur achte wirklich auf diese Punkte vor dem Kauf. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich das Vibrationstraining gerade in den höheren Stufen sehr aggressiv anfühlen kann. Wenn also einer dieser Punkte auf dich oder die Person, der du die Platte kaufen willst, zutrifft, schau am besten nach Erfahrungsberichten im Internet oder frag im Bestfall direkt deinen Arzt. Sollte davon nichts zutreffen, kommen wir jetzt zu den Gruppen, bei denen das Training sinnvoll ist. Ausgenommen von gesunden Personen ergibt es auch hier Sinn, je nach Verletzung oder Erkrankung nach der optimalen Intensität des Trainings beim Arzt nachzuhören. Pausiere gerne an der Stelle das Video. Ich verlinke dir die Quelle aber auch nochmal zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Wie eben erwähnt ist die Schwingungsfrequenz der Vibrationsplatten der wichtigste Indikator, den du mit deinen Trainingszielen abgleichen solltest. 5 bis 12 Hertz ist eine niedrige Trainingsfrequenz, sie ist geeignet für die Lockerung und Mobilisierung der Muskulatur. Außerdem kannst du in dem Bereich den Gleichgewichtssinn trainieren. 12 bis 20 Hertz ist eine mittlere Trainingsfrequenz. Der Bereich wirkt sich positiv auf die Muskelfunktionen aus, indem es die Muskeln dehnt und entspannt. Auch dient es dem Training der Koordination und kann zur Lockerung der Rückenmuskulatur beitragen. Ab 20 Hertz ist es eine hohe Trainingsfrequenz, die die Wiederherstellung von Muskelkraft, die Steigerung von Ausdauerkapazität und die Leistungssteigerung fördert. Zum Muskelaufbau kannst du verschiedene Kraftübungen mit den Trainingsbändern oder dem eigenen Körpergewicht während des Vibrationstrainings kombinieren. Lass uns jetzt mit den Vibrationsplatten unter 300 Euro starten. Nummer 1 ist der Vibroshaper von Mediashop. Hier siehst du erstmal die Eigenschaften. Diese Vibrationsplatte konnte ich bereits ausreichend testen, da sie ein Familienmitglied besitzt und ich damit damals zeitweise täglich trainiert habe. Sie ist sehr leicht zu bedienen. Du kannst die 99 Trainingsstufen manuell per Fernbedienung oder direkt an der Platte einstellen. Außerdem ist sie nicht sehr laut, nur auf maximaler Stufe ist die Vibration sehr stark und das überträgt sich natürlich auch auf den Boden. Sie ist aber sehr stabil und ich fühlte mich jederzeit sicher auf dem Gerät. Du kannst zwischen 3 automatischen Trainingsprogrammen wählen, die jeweils ungefähr 10 Minuten dauern. Hier durchläufst du bei allen 3 Programmen verschiedene Phasen der Intensität, optimal um morgens die Muskeln aufzuwärmen. Die mitgelieferten Trainingsbänder haben einen guten Widerstand, wodurch du während des Trainings noch sehr gut den Bizeps oder die Schultern trainieren kannst. Insgesamt hat der Vibroshaper ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ich persönlich kann die Vibrationsplatte mit bestem Gewissen empfehlen, wenn du keine neuen Technologien benötigst. Am günstigsten kaufen kannst du sie derzeit bei Amazon und Mediashop bietet sie auch zeitweise günstiger an. Beides verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Nummer 2 ist die Sportstech VP300 3D Vibrationsplatte. Hier siehst du erstmal wieder die Eigenschaften. Es ist die erste 3D Vibrationsplatte mit Oszillation Multiachsen Vibration. Das bedeutet sie kann in horizontalen und oszillierenden Bewegungen bedient werden, wodurch mehr Muskelgruppen erreicht werden können. Sie hat zwei starke Motoren mit insgesamt 120 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Die Hälfte davon ist für die horizontalen und die andere Hälfte für die oszillierenden Vibrationen. Diese kannst du direkt am Gerät selbst per Touch-Display oder per kleiner Clip-Fernbedienung einstellen. Du bekommst eine sehr große Trainingsfläche und über die integrierten Lautsprecher kannst du via Bluetooth Musik beim Training hören. Neben den normalen Trainingsbändern bekommst du noch einen Trainingsplan und 5 Widerstandsbänder mitgeliefert, die du in dein Training integrieren kannst. Wenn du sie kaufen willst, bekommst du sie beim Hersteller selbst derzeit am günstigsten. Auch Vorführgeräte aus deren Stores bekommst du dort nochmal etwas günstiger. Den Link zu der Seite gibt's auch hier direkt in der Videobeschreibung. Nummer 3 ist die Bluefin Fitness Ultra Slim Vibrationsplatte. Erstmal wieder ihre Eigenschaften. Mit dem Vibroshaper ist sie die günstigste Vibrationsplatte im Vergleich. Hier bekommst du 180 Stufen der vertikalen Vibration plus 5 integrierte automatische Programme. Über die Bluetooth Lautsprecher kannst du auch hier Musik beim Training hören. Außerdem bekommst du neben den 2 Trainingsbändern 4 Widerstandsbänder und eine Fernbedienung mitgeliefert. Besonders ist, dass sie trotz des schlanken und kompakten Designs bis zu 150 kg Körpergewicht belastbar ist. Den günstigsten Preis bekommst du derzeit auch beim Hersteller selbst mit den Januar Deals. Solltest du das Video später sehen, kann sich das natürlich geändert haben. Ich verlinke dir die besten Shops zum Vergleichen unter dem Video. Nummer 4 ist die Mi Weber Sports MV300 4D Vibrationsplatte. Hier siehst du erstmal wieder die Eigenschaften. Es ist die einzige 4D Vibrationsplatte in dieser Preisklasse. Sie kann 16 Intensitätsstufen ausführen. Dazu bekommst du 3 vorinstallierte Trainingsprogramme und ein individuell einstellbares Programm. Bedienen kannst du die Vibrationsplatte über eine Armbandfernbedienung und am Display selbst. Auch hier sind Bluetooth Lautsprecher für Musik beim Training integriert. Die LED Beleuchtung an beiden Seiten der Platte passt sich den Beats der Musik an. Kaufen kannst du sie in den Farben Blau, Weiß und Schwarz. Außerdem bekommst du 3 Jahre Garantie anstatt der normalen 2 Jahre gesetzlichen Gewährleistung. Derzeit ist sie beim Hersteller im Angebot. Hier siehst du alle 4 Vibrationsplatten unter 300€ im Vergleich. Da sich die Preise jederzeit ändern können, habe ich sie bewusst nicht mit angegeben. Die tagesaktuellen Preise kannst du direkt bei den Shops prüfen, die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Pausiere an der Stelle gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen willst. Weiter geht's mit den Vibrationsplatten über 300€. Nummer 1 dieser Preisklasse ist die Sportstack VP400 4D Vibrationsplatte. Hier siehst du die Eigenschaften. Dieses Modell im Curve Design hat 2 leise Motoren mit insgesamt 3x60 einstellbaren Intensitätsstufen in den Programmen Oszillation, Vibration und der Kombination aus beiden Programmen. Du bekommst hier 4 automatische Trainingsprogramme plus einen manuell einstellbaren Modus. Die LED Beleuchtung an den Seiten passt sich der Trainingsintensität an und auch hier sind Lautsprecher verbaut, die per Bluetooth angesteuert werden können. Auch hier bekommst du eine Armbandfernbedienung, die nach dem Training direkt an der vorgesehenen Halterung an der Vibrationsplatte abgelegt werden kann. Als weiteres Zubehör bekommst du die 2 Trainingsbänder, 5 Widerstandsbänder und eine Unterlegmatte, um den Boden zu schützen und die übertragenen Vibrationen zu dämmen. Besonders und neu bei Sportstech ist, dass du mit dem Kauf dieser Vibrationsplatte Zugang zu deren neuen kostenlosen Trainings-App bekommst. Sportstech Live bietet dir ein großes Videoportal, über das du Workouts mit Profi-TrainerInnen abrufen und so genau nach Anleitung trainieren kannst. Insgesamt ist es eine moderne Vibrationsplatte, mit der sich jedes Trainingsziel erreichen lässt. Wenn du sie kaufen willst, gibt es sie derzeit am günstigsten beim Hersteller und bei Amazon. Vorführgeräte gibt es auch hier nochmal stark reduziert bei Sportstech selbst, natürlich immer nur, solange der Vorrat reicht. Auch hier findest du alle Links in der Videobeschreibung. Nummer 2 ist die Bluefin Fitness 4D Vibrationsplatte. Dank der 3 Motoren kannst du zwischen Vibration, Oszillation und Mikrovibration wählen und entweder einzeln, zusammen oder mit allen 3 Vibrationsarten gleichzeitig trainieren. Du bekommst 3 automatische Programmoptionen und 7 manuelle Kombinationen mit insgesamt 60 Intensitätsstufen. Die verbauten LEDs in Rot, Orange und Grün zeigen auch an, wie intensiv du gerade trainierst. Bluetooth-Lautsprecher für Musik dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Du bekommst neben der 2 Trainingsbänder 4 Widerstandsbänder, einen Ernährungsplan und eine Armbandfernbedienung mitgeliefert. Besonders ist hier die Maximalbelastung mit 150kg. Die beiden anderen Vibrationsplatten dieser Preisklasse sind maximal mit 120kg Körpergewicht belastbar. Insgesamt ist es eine sehr moderne, belastbare und leistungsstarke Platte. Kaufen kannst du sie derzeit bei Ebay, Amazon und beim Hersteller selbst. Die letzte Vibrationsplatte im Vergleich ist die Sportstech VP500 4D Premium Vibrationsplatte. Erstmal wieder ihre Eigenschaften. Ausgestattet mit 3 Motoren kann sie auf 60 Intensitätsstufen eingestellt werden. Der LED-Streifen passt sich auch hier der Trainingsintensität an. Die Premium-Eigenschaften gegenüber der Konkurrenz sind neben den Transportrollen die Trolley-Funktion, wodurch du die Vibrationsplatte ähnlich wie ein Koffer ziehen kannst. Dann kannst du die mitgelieferten Liegestützgriffe und einen Workout-Sitz auf die Platte montieren. Zusätzlich bekommst du Widerstandsbänder und eine Bodenschutzmatte dazu. Wie bei den anderen Platten in dieser Preisklasse bekommst du auch hier eine Armbandfernbedienung und integrierte Bluetooth-Lautsprecher für Musik beim Training. Technisch bietet sie dir drei computergesteuerte Trainingsprogramme, sieben kombinierbare Modi und ein individuell einstellbarer Modus. Dazu bekommst du auch hier den kostenlosen Zugang zu der hauseigenen Sportstech Live-App für gemeinsame Workouts mit ProfitrainerInnen. Insgesamt ist die VP500 das innovativste und modernste Modell, das du derzeit für den Hausgebrauch bekommst. Wenn du sie kaufen willst, schau dir die Preise bei Sportstech und Amazon an. Dort bekommst du sie derzeit am günstigsten und es gibt immer mal wieder Rabattcodes auf beiden Seiten. Diese verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Hier siehst du nochmal alle Vibrationsplatten über 300€ in einer Vergleichstabelle. Pausiere auch hier gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Und das war's. Ich hoffe, dass ich dir damit eine Produktübersicht bieten konnte und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Trainingszielen. Wenn du willst, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute!